Jetzt wollte ich eigentlich noch einleitende Worte sagen, weil wir in einer neuen Aufnahme sind und seit einer Woche kein Video mehr kam, aber jetzt starten wir direkt hier. Was wollte ich sagen? Es kam kein Video, weil ich viel zu tun hatte und dann auch noch krank war. Dann wollte ich sagen, dass wir nur noch ein Tonikum, ein Verbandskasten und eine Ampulle haben und dass das jetzt hier, glaube ich, ganz schön hart wird, dieser Kampf. Also er ist schwieriger als gedacht, dann noch mit der Steuerung. Ja, also ich glaube, zwei Schuss von Sybille und Harry scheidet dahin. Und deshalb, ja, muss ich gerade mal überlegen, eine wirklich gute Taktik fällt mir auch ehrlich gesagt nicht ein. Sie sitzt, ja, ich meine, was soll das, wenn sie da auf dem Pferd sitzt? Und warum ruckelt das schon wieder? So verfluchte Scheiße. Ey, es... Harry, mach! Scheiße. Jetzt muss ich eigentlich schnell was nehmen. Das war jetzt gut. Er hat oft drauf geschossen. So, Harry, steh ganz schnell auf. Steh ganz schnell auf. Wie auch immer du aufstehen kannst, aber mach's einfach. So, jetzt rennen wir weg. Ich weiß gerade gar nicht, ob sie hinter uns herläuft. Da ist sie. Äh, Harry! Nein! Scheiße. Okay, das war wieder ein Schuss. Harry, steh auf. Steh auf. Steh auf. Jetzt nehmen wir nochmal schnell was. Ähm, ein Tonikum. Also ich meine, das war eigentlich ganz gut. Aua. Das war eigentlich ganz gut gerade. Er hat oft drauf geschossen. Aber er steht nicht auf. Er steht so gar nicht auf. Harry... Und sie lädt schon wieder nach, obwohl Harry gar nicht steht. Verdammt zur Hölle, warum ruckelt es so? Ich will einfach nur diesen beschissenen Kampf hier hinter mich bringen. Aber der ist echt nicht leicht. Äh, warum sitzt sie da? Warum sitzt sie da und warum trifft sie halt auch immer? Okay, wo ist sie? Wo ist sie? Ich glaube, sie ist irgendwo hinter mir. Aber ich will mich gerade nicht umdrehen. Sybil, da ist sie. Jetzt Harry... Baller! Scheiße. Ich steh zu nah dran. Ich steh zu nah dran. Das ist saudoof so. Ich bin schon wieder im roten Bereich. Letzter Erste-Hilfe-Kasten und Rennen. Ah, Rollstuhl! Versperr mir nicht den Weg. Fuck, ich müsste die nochmal so ein paar Mal treffen. Wie gerade am Anfang halt. Da sitzt sie, aber... Ja, jetzt muss er im Endeffekt nur noch einmal treffen und wir sind tot. Harry, steh auf! Ist das blöde. Also ich meine, das Jagdgewehr ist ja auch die stärkste Waffe. Ist ja auch stärker als die Schrotflinte. Deshalb möchte ich die eigentlich auch ungern nehmen. Sybil, wo bist du? Da. Sie... Nein! Nein, Harry! Nein! Nein! Renn! Renn weg! Renn weg! Wir müssen sie so erwischen, dass ich hier mit der Fuck-Steuerung nicht so lange brauche, um die Waffe... äh, um zu zielen, meine ich. Boah, mir tut schon der Finger weh. Sybil, wo bist du? Mal eben ganz langsam. Ich meine, sie rennt hier auch nicht, oder? Ja. Da. Scheiße, Scheiße. Harry... Hab ich's geschafft? Wow. Nein! Scheiße! Scheiße! Baller drauf! Was macht sie denn? Ist sie doof? Was? Ist denn das hier gerade? Waiter! Es ist wirklich, wenn wir uns in derila Tas Revolution klauen, Oh, nein! Oh, ja! Oh, das war war. Oh, ja! 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 Oh! Was zum Teufel? Wie konnte so etwas geschehen? Was zum Teufel? Das erinnert mich an die liebe Vicky. Okay, wo gehst du hin, Harry? Ich bin nicht egal. Nur eine Sache. Lass Cheryl gehen, das alles, was ich fragen. Was? Verdammt! Was ist das? Wo ist Cheryl? Gib mir zurück meine Tochter. Wir treffen uns am Ende, Alessa. Dahlia Gillespie? Wo ist Cheryl? Wo ist sie? Alessa. Das ist der Ende des kleinen Spiels. Mama? Wie könnte sie sein? Du bist ein kleines Pest, hast du, Alessa? Ich war sehr interessiert. Ich dachte, dass du kein Geist aus unserer Spur. Aber Mama wusste nicht, wie viel du galt hast. Du bist. Das ist der Grund, warum ich dich nicht aufzunehmen konnte. Aber was ist eine Gefühle, ja? Jetzt bist du mit diesem Mann für seine Hilfe. Hey, was bist du? Was ist mit dem Du? Alessa, meine liebige Frau, eine Sache, die ich dir tun muss, um zu machen. Nein! Auf mich weg! Schmerz. Wenn alles gut ist, lass uns zurückkommen. Was ist hier passiert? Lisa... Was ist passiert? Wo sind Alessa und Dahlia? Harry, hör auf. Was hast du vorhin gesagt hat, hat mich beeinflusst. Ich kann es einfach nicht raus aus meiner Kopf. Was ist das, Lisa? Also, ich sah in der Basis, obwohl ich so Angst hatte. Wie du sagst, es waren diese creepy rooms. Aber nichts wirklich ungewöhnlich dort. Aber während ich dort habe, ich habe dieses wunderschöne Gefühl. Wie ich da war vorher. Wie etwas da passiert. Aber ich kann es nicht mehr daran erinnern. Was war es? Harry, hilf mir. Ich bin so Angst. Ich kann es nicht nehmen. Es ist nur eine gewisse Sache. Du bist in Schock, seitdem du getrennt hast. Keine Angst, du wirst ein paar Mal erinnern. Nein. Du wirst nicht verstehen. Warte! Wo denkst du, du gehst? Lisa, verdammt, was ist das? Diese Geräusche. Von dort unten. Sie kommen aus dem Keller. Okay, das war jetzt ziemlich viel auf einmal. Ich kann das alles gar nicht zusammenfassen. Dahlia ist also die Mutter von Alessa. Dieses komische Flauros haben wir das jetzt noch? Wahrscheinlich nicht, ne? Ne. Äh, dieses Flauros hat irgendwie, ja, so eine Macht ausgestrahlt. Jetzt sind wir plötzlich wieder im Krankenhaus. Lisa ist da, die jetzt einen Blick ins Untergeschoss geworfen hat. Also in den Keller, wo das Krankenzimmer von Alessa war. Oder immer noch ist. Ja, und sie meint halt, es kommt ihr so vor, als wäre sie schon mal da gewesen. Hier können wir speichern. Das muss ich auch gerade mal machen. Und zwar hier, weil mir nämlich aufgefallen ist, dass ich glaube, ich einen falschen Filter hier drin habe. Und ja, den müsste ich dann mal eben ausstellen. Wir sehen euch jetzt auch noch развит. Daihrassen. Vielen Dank.